Musik Also ich bin selber ja nicht Bielefelder, aber bekomme das gerade hautnah auch mit. Von Erzählungen, aus eigenen Erfahrungen. Als Bielefelder ist man einfach mit Kindern in Oldadis. Musik Von kleinst auf schiebt man mit dem Kinderwagen hier durch und ist dann jahrelang hier in Oldadis vertreten, ständig und wiederkehrend. Aber wenn die Kinder dann größer werden, entweder über Schulausflüge, kommen sie wieder hierher. Gerade vor den Sommerferienzeiten haben wir hier Buspendelverkehr, Klassenausflugsfahrten. Und dann weiter ins späteren Leben als Jugendliche, junge Paare, die abends hier auf einer Bank Ruhe suchen und sich kennenlernen. Wenn es dabei bleibt mit dem Partner, kommen sie mit Kindern wieder. Und so schließt sich dann der Kreis, dass dann wieder quasi die Kinder hier sind und Oma und Opa dazukommen, die die Enkelkinder führen. Oder eben halt dann die Generation, die die Kinder hat, dann später selber mal wieder als Oma und Opa mit den eigenen Enkelkindern. Und so ist das eigentlich ein roter Faden durchs gesamte Leben in Bielefelder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017